jo was geht wir sind wieder da bei skyrim und jetzt schauen wir mal die liegt immer noch da na ja die schönste war es auch nicht und da liegt noch ein magisches leinentuch kämpft schon wieder wer das kann man zunutze machen so ich bin hier der babbo so wir verrecken gleich so wir haben irgendwo haben wir mal einen zaubertrank mal geschmeckt gesundheit säten können eigentlich noch mal gifte einsetzen das wäre mal die sind eigentlich doch schon tot oder altes nord schwert das wird zweihändig sein oder normal alter nur zwei hände kein zweihändig hier nirgendwo jetzt tun wir mal unsere waffen hier waffe kaiserliche bogen kaiserliche schwert ok 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 wo ist der alte altes nord schwert das haben wir jetzt zweimal ok ich bin aber auch verpeilt hier das schenke ich dir so schleichen schleichen immer schleichen ja wir sind halt schurken können keine zwei hände eine perle frostbiss ok das machen wir auch gleich noch bücher zack zack das kennen wir bereits aber das können wir teuer verkaufen das haben wir doch schon mal gelesen hellsehen können wir schon ja ja mäd nehmen wir mit da sagen wir nie nein oh hier war anscheinend mal ein durchgang aber ich frage mich das ist doch so eine geheimnisvolle hülle ich gehe jetzt hier so als maurerlehrling oder was gehe ich so rein lalalalalalalalalala was hier ist ein durchgang aber ich glaube den mauer ich zu wer macht sowas naja weil ich glaube kaum dass die magier alle so äh ich glaube kaum dass die magier alle maurer fähigkeiten haben oder was naja weil ich bin auch nur ein einfacher ganove noch ganove wir wollen ja größte assassine in der ganzen umgebung werden oder ein meister dieb wir machen natürlich erst die dunkle bruderschaft weil die diebeskilde die zwickt sich irgendwie mit der dunklen bruderschaft das ist schwer der rüstung leider so oh ne die brauchen das eh nicht mehr oh wir müssen so viel mitnehmen wie es geht denn desto mehr desto besser desto stärker werden wir mal beschädigt das buch genau richtig das brauchen wir nicht wo ist es denn das ist wahrscheinlich hoch sorry beschädigt das buch haben wir schon zwei dabei jetzt schauen wir mal was wir brauchen ein echten haus weil das wiegt 15 so das ist schon eine fackel haben wir auch noch nie gebraucht fuchspilz ok ok holzkelle wer braucht so einen scheiß für das haben wir hände totenschädel ja den nehmen wir mit also wegen reiner überzeugung schlüssel die wiegen sowieso nichts zack dann lassen wir auch wieder ein bisschen hier zugleich wir das ein bisschen aus wir nehmen das gold und lassen gegenstände hier keine wurzeln wurzeln nehmen wir mit wollen ja ein guter giftassassine werden wo wir bis jetzt nicht so erfolgreich im alchemie waren aber was ich isst kann ja noch werden so woher gibt es so viel zu looten jetzt habe ich daneben gelootet noch einen krug dabei schmeißen wir bei der nächsten entleerung wieder mit raus leer 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 ah da ist was drin ahja zack ok machen wir hier noch was die gegendiswahl ja wiederherstellung zack zack ahja der ist 160 wäre der gut wir sind noch nicht so ein handelsgeschick ich glaube wir sind alleine da brauchen wir nicht da und schleichen so nun geht es weiter aber da weiß ich nicht ob da was kommt lieber bisschen schleichen das können wir noch mal schnell gucken wir haben noch ein skillpunkt glaube ich oder nicht nicht so schloss schleichen 26 ok wir haben doch keinen mehr boah spinne ne wickelbeutel man die sind auch alle so knickrig so wie ich im abo gehen würde gehen wir erst unten lang jetzt können wir natürlich auf die karte auch schauen genau weil wenn wir jetzt da runter gehen da geht es sowieso nicht weiter können wir uns hier noch ein bisschen umschauen oh oh alte nordstreitachst die nehmen aber nicht mit ich bin nur schaue auf das geld so ich glaube wir machen wieder allgemeine äh säuberung hä hä was sind die ganzen hier streifen stolpern da 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 huch objekte bekleidung waffen ja das kaiserliche schwer brauchen wir eigentlich auch nicht die brauchen wir auch nicht so egal schauen wir mal hoch was uns da wohl wartet verstecken wir uns immer schön schleichen dann bekommen wir vielleicht skillpunkte der wartet auf uns ich glaube der dreht sich nicht wieder um ich habe ihn überrascht oder auch nicht oh das ist schon wieder so ein zauber oh oh jetzt sind sie schon zu dritt können wir ein bisschen ausdauer erhöhen jetzt nehmen wir mal aktiv ein paar zaubertränke zaubertränke so komm schon ne ich will nicht sterben oh die haben mich ein die haben mich voll eingekesselt grad so äh ok der hat jetzt irgendwie nicht hingehauen der zaubertrank er wird für 60 Sekunden 20 erhöht toll weil er wieder nicht lesen kann die Tomid Darius ja so egal wir sind dann auch in der leeren phase wieder schleichen das blöd da kann jetzt wo ich mich entschieden habe so viel zu schleichen kann ich sie nicht überraschen jetzt können wir uns hier eigentlich umgestattet umsehen ein eisenhelm ist das leicht oder schwere rüstung ich glaube schwere so hier gibt nichts aber da geht es nach oben aber was laut oben auf uns noch mehr verwüstung und mit ruhe der tarnung könnten auch mal ausprobieren zauberstab der tarnung unseren scheiß schrei haben ja auch noch das vergesse ich dauernd wir haben 261 eisenpfeile 30 gold wussten kraft tiefengewölbe dann drehen wir mal weiter mussten graf vor erstmal umgucken jetzt nehmen wir einfach mal so tarnung damit zwei du bist zehn prozent schwerer zu entdecken okay zehn prozent ist jetzt nicht viel das probieren wir nochmal ein riesen gebäude trakt jetzt sind wir auch schon wieder weit ich speicher vorsichtshalber nochmal hab nachsicht aber ich habe gelernt gelernt zu speichern weil ich genug bin das ist nicht gesehen so da ist nichts da ist nichts dass du wenigstens alter nordbogen ist für den arsch unsere schritte sind halt so laut ich habe dann immer angst dass die sich umdrehen dann sehen die uns so oder so also können wir es so einfach mal probieren ganz toll aua sind wir gebrutzelt worden hier hat uns bemerkt können wir eigentlich den bogen auch ausrüsten kommt jetzt da gibt es nie eine unsichtbare wand und wir haben ihn getroffen tun wir wirklich mehr im verborgenen jawohl der ist ziemlich angepisst unser schleichen verwisert sich auch so du arsch so wieder das gute alte nordschwärts nicht runterfallen so den haben wir richtig gut sneaky erledigt da muss ich mich schon selber loben diesmal das war unser erster der namen pfeil drin stecken dann schauen wir mal nicht dass da im gang noch eine kleine überraschung für uns ist sowas wie tränke die wir überhaupt nie brauchen so heiltränke weiß ich nicht mal wie die aussehen farbmäßig ich glaube wir sind hier safe schön dass die auch feuer brauchen ich dachte die sind tot das ziel ist 30 sekunden lang um 40 prozent anfälliger gegenüber blitzschaden okay schmeißen wir das auf unser ziel oder was machen wir damit was machen wir damit oh was denn das kenne ich nicht lauter unbekannte tränke hier hmm ganz viel zu essen essen die hier auch oder was machen die ich dachte die sind wirklich untot schauen zumindest nicht so lebendig aus mit auch nur einem pfeil von uns so jetzt wieder schleichen pfeile haben wir ja genug pst ah hier sind wir ok da geht es nicht weiter hier geht es weiter ok das merken wir uns da brauchen wir Flammen schön wegschleichen hier ok ich muss die sache wirklich ein bisschen ruhiger angehen komm her ich dachte läuft mir jetzt in den Schuss ah cool so weit so gut wir werden besser je mehr wir uns anstrengen desto besser werden wir der hat noch einen Eisenpfeil von uns jeder Pfeil ist Gold wert ich glaube schon auf ich weiß auf was das sich hinausläuft oh verklickt Wirbelwind Sprint oder auch nicht ich muss noch irgendwo da ist er brauchen wir doch keinen Wirbelwind Sprint ah ganz gut das trifft sich sehr gut schlag eine Rüstung leichte Rüstung 31 die haben wir schon an Stahldolch 8 Schaden zack entzaubern wir wollen nämlich die zwei brauchen wir wenig warum äh ist bereits bekannt ok ok wir nehmen mal den Dolch mit wollen ja jetzt schauen wir mal schauen wir mal und sehen wir schon den können wir anscheinend wirklich nicht entzaubern entzaubern 8 13 ok Kette zieh mal lieber nicht an so tu mal lieber wieder den Schrei weil wenn ich doch mal benutze benutze ich wenigstens nicht den wo ich zum Gegner stürme Trollschädel schwaches Gift der Lähmung Gifte sind gut einen Trollschädel brauchen wir nicht unbedingt aber jetzt haben wir wieder sind die Pause und was sich da unten befindet das sehen wir in der nächsten Folge und ich würde es heute auch nicht mehr sehen weil ich beende die Aufnahme süßen dann dann bis zum nächsten Mal Tschüssi Bis zum nächsten Mal.